Hallo und herzlich willkommen zur 397. Folge The Western Front Armies. Ja, wir sind mal wieder hier mit USO-Zugänge im 4v4 zusammen mit drei Sowjets, MD, BH, RUIG und Shoulderguy. Ich muss mal ganz kurz was eben hier machen. So, ja und wir spielen jetzt zusammen, nein gegen, ein OKW, Sozialastronaut und drei Wehrmachtspieler und zwar TTT Dirk Diegler, dann DIJK Wachter und ja Kaspar und die drei TT und DJ und Kaspar, die sind halt die Wehrmachtspieler und hier sehen wir noch was. Wir sehen jetzt, dass man hier quasi nur noch eine Sache kaufen muss, um beides zu bekommen. Finde ich nix. Gremst geile Sache. Und ich würde gerne direkt, ja, können wir nicht, weil da nichts eingenommen ist. Toll. Direkt ein Munitionsdepot bauen, war eigentlich zumindest die Grundidee. So, dann nochmal schnell den. Und ja, der Easy 8, den kann man ja jetzt auch bauen. Genau. Also quasi schon ab Level 0 verfügbar. Interessant. Ja, es ist ja schon witzig, was die hier alles an Änderungen gemacht haben. Da ist der Normale. Da ist der Easy 8. Okay. Oh, da ist ein MG. Das ist, ne, 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 ne. Genau in die falsche Richtung gelaufen. Sheet. Oh, fast Level 2, ja. Das ist ja richtig nice. Ah, sehr schön. So, jetzt können wir uns auch nämlich, ah, verpissen wollte ich eigentlich sagen. Viel dazu. Zwei MG's hier. Ganz toll. Naja, machen wir jetzt erstmal ein Munitionscash, da wir ja eh schon die Bewaffnung erforschen. Na. Nichts zu sehen. Da. Schießt mal ein bisschen. Ihr braucht mal ein bisschen Erfahrung. Yay. Level up. Wo sind sie schon Level 2? Das ist schon geil. Das ist doch schon geil. Sehr schön. Dann brauchen wir gleich noch eins. Ich möchte gleich so schnell wie möglich die Bewaffnung haben. Ah. Vielleicht sollten wir auch noch mal überlegen, uns jetzt als nächstes einen Krankenwagen anzulachen. Würde ich sagen. Hey, das ist schon mal aber nicht ganz so optimal gelaufen, der Start. Ich hoffe mal, dass die da irgendwie durchkommen. Das wäre schön. Ja. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Bewaffnung. Das ist schon mal gut. Oh, 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 oh. Hier geht mal direkt da hin. Und baut mal. Ja, ich glaube, einer reicht. Oder zwei reichen erstmal. Ich glaube, wir brauchen jetzt langsam auch mal ein paar Truppen. Das wäre ganz gut. Ihr müsst auf jeden Fall noch eine Bewaffnung mitnehmen, bevor ihr nach vorne geht. Ja, ihr müsst euch mal darum kümmern. So geht das ja nicht hier. Genau. Papp, 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 papp. Schon geil, wie sich die Waffe anhört. Ach, Minenfeld. Direkt vor unserer Haustür. Wie dreist ist denn das? Wie dreist ist denn das? Cross. Scheiße, wir haben jetzt Minen sucht. Oh, wieder ein fast Level 2er. Ah, die brauchen leider noch. Scheiß drauf. Auch nach vorne. Nicht unbedingt da lang. So, könnt ihr das mal entfernen? Bitte. Einmal den Scheiß hier bitte entfernen. Das wäre sehr lieb. Okay, dann rücken wir jetzt mal hier nochmal mit nach. Scheiß drauf. Jetzt wo sie fast aus der Base raus sind. Ja, komm. Wir können hier auch nochmal zurück. Wir hoffen, dass wir das da hinkriegen. So, da ist er immer noch. Jungen. Da ist immer noch was. Du musst immer noch entfernen. Okay, wir sind zu Hause. Da ist die Waffe. Ah, da geht's. So, wenn ihr das mal nehmen könntet. Ihr wartet dann noch so lange auf die da. Komm, 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 komm schon. Wir sind noch am Laufhorn. Hm, Krankenwagen wollten wir uns noch geholt haben. Sehr gut. So, klar. Gleich den Kübel weg. Sehr schön. Das war genau richtig vom Timing her. Das war genau richtig. Na. Sollt ihr euch mit uns anlegen? Da habt ihr aber schlechte Karten auf der Distanz. Muss ich euch mal so sagen. So, wir bauen jetzt hier nochmal schnell einen Bunker. Ach, wenn der uns aktuell gar nicht so viel bringt. Oh, was ist denn hier alles so? Krass. Ja, ist so eine Menge. Können wir einfach mal weiter raufhalten. Bitte, bitte. Ja, hat er jetzt auch einen Mörser? Na, da sind Granate werfen. Guck. Schon gesehen. Trifft nicht mal ansatzweise. So. Da ist die Waffe. Schönes Ding. Mal versuchen, das einzunehmen. Oh, schönes Ding. Kann hier gerade richtig gut raushauen. Okay, wir sollten aber nichtsdestotrotz mal langsam die T-Stufen angehen. Das ist ein bisschen unangenehm. Ein bisschen unangenehm. Na komm, wir haben es die Kapp. Das reicht erstmal. Ihr verpieselt euch mal. So. Okay, das ist nicht nur zum Beballern. So. Kommt mal weiter auf das Gebäude. Wäre mir sehr lieb. So, unser Krankeywagen. Und hier vorne haben wir den hingeschickt. Ups. Ja, mein Gott. Äh, äh. Kann man da nochmal schnell eine Granate rausjagen? Schon. 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 Ah, nee, oder? Das reicht nicht. Jetzt. Sauber. Sehr schön. Okay, dann verziehen wir uns jetzt einfach mal. Ich bin momentan soweit ganz glücklich mit dem, was wir gemacht haben. Bin gerade am überlegen. Packt wäre jetzt geil. Okay. Eigentlich können wir uns ja direkt hier vorne sammeln. Scheiß drauf. Weit er nicht. Ja, aber. Los geht's. Dö, 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 dö. Komm nach vorn. Du brauchst nämlich noch eine Waffe. Ich glaube, die warten sogar noch auf die Basuka. Zack. Sehr schön. Gut. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Außer, dass die jetzt wieder ein bisschen zurückgeblendet sind. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Auf jeden Fall müssen wir eh hier noch ein bisschen uns weiter nach vorne arbeiten. Der kostet... Oh, der kostet jetzt 120. Oder hat er schon immer so viel gekostet? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Da, 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 da. So. Da können wir noch mal... Okay. Da wird die Packung gebraucht. Dö, 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 dö. Brauchen noch. Na, die kann aber mal... Versuchen wir hier mal so über die Flanke zu gehen. So, kommt schon. Na. Hatten wir jetzt schon mal nicht mehr gebraucht hier oben. Kriegt den ganz gut. Schicken wir die hier mit hin. Hm, hm, hm. Okay. So, dann bauen wir uns hier nochmal einen Bunker hin. Jetzt müssen wir uns das hier echt zumachen. Ha, ha, ha. Genau richtig gerade gekommen. Patsch, patsch, patsch. Gibt's aufs Maul. Oh, hier sind noch ein paar mehr, als ich dachte. Das sind ein paar mehr, als ich dachte. So. Noch mal an. Können wir uns da sogar mal ein paar Flamer holen jetzt. Eins zumindest. Merehine. Autsch. Die hat gesessen. Die hat echt gut gesessen. Genauso wie die. Naja. Wir haben es eingenommen. Das ist die Hauptsache. So, weiter, weiter, weiter. So, den Mörser mal bitte. Musst du ihn mal recht machen. Äh. Auch noch ein M.G. Das finde ich jetzt nicht so lustig. Das läuft einfach, kann das sein? Nein. Ich dachte. Da kriegst du mal entweder eine Rauchgranate rein. Auch egal. Das ist so auch nichts, du Arsch. Bewegt euch, verdammt. Mann, 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 Mann. Ja, genau. Geht zu dieser Position. Keine Ahnung. Lauf mal lieber. Nehm Deckung, nehm Deckung. Okay. Sammeln wir uns mal da. Ja, war ja wohl nichts mit Vorstoß. Wir haben nur den Vorstoß abwählen können. Aber gut. Besser als nichts. Okay. Süden sieht soweit gut aus. Norden sieht soweit auch sehr gut aus. Ab jetzt müssen wir uns mal was überlegen. Was denn jetzt der nächste Schritt ist. Hm. Also erstmal hier die Base setzen. Das ist klar. Hier haben wir soweit alles abgedichtet. Na, das gefällt mir nicht so ganz. Und ihr sinnvoll zurückschießen? Na. Denn nicht. Dann eben nicht. Na, klar. Das wirkt ja. Na Gott. Na, jetzt kommen sie hier schon mit 470. Das ist natürlich eine nette Sache. Ich denke, wir haben auf jeden Fall ganz gute Unterstützung leisten. Oh, der komplett in Ordnung gehört uns. Okay. Natürlich auch nice. Den mussten wir uns mal schnappen, wenn wir können. Ja. Treibstoff fehlt uns im Moment ein bisschen. Also holen wir uns noch ein 4. Ja, ja, ja. Der hat auch wieder ganz gut EP. So. Wir müssen dann mal schön weiter. Oh. Ist er schon weg? Hahaha. Geht hier einfach weg rein. Das ist schon echt bitter. Einfach nur bitter. So. Hier. Ich möchte euch mal den da schnappen. Und hier. Ein Stück weiter. So. Die verziehen sich jetzt mal bitte. So. So. Einfach mal hier so durch. So. Dann würden wir den Mörser mal hier endlich erwischen. Wenn er nämlich schon ein bisschen länger ganz schön auf den Geist. So. Sehr schön. Mann, fuck. Schnappen wir uns auch noch. Schön. Wie ich hier einfach mal durchmarschieren kann gerade. Einfach durchmarschieren. Schon bitter. Das ist schon echt bitter. Das war die Kack. Dann haben wir auch einfach mal Kapare macht. Aber dafür ist er jetzt im Norden. Da sind sie im Norden ganz schön am durchmarschieren. So. Das Ding mal kapott. Aha. 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 Das kommt ja soweit klar. Ja. Okay. Jetzt bin ich gerade am Grübeln. Was? Ernsthaft? Mit dir was? So ja wohl nicht hier. Spacken. Ich bin auch so ein Horst. So. Stimmt's. So. Macht die kaputt. Danke. Und da kommen wir noch mehr. Eingenommen haben. Und ich komme hier. So. So. Zack. Sehr schön. Dann wollen wir einfach mal wieder hochrücken. Und hier ist noch ein Flamer möglich. Er ist noch unmöglich. Alles klar. Jetzt zieht er sich einfach zurück. zieht er sich einfach zurück. Vier Maschine genauso einfach durch. Okay. Packt wir mal hier hin. Das Ding mal hier hin. So. Weiter. Schönen weiter bitte. Bum, 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 bum. Wir können mal gucken. Dass wir hier so viele wie möglich ha ha ha. Abfangen werden. Alle, die die jetzt nicht zurückziehen werden, bei sterben. Wir werden wo noch durchkommen. Oh. Dann müssen wir noch mal. Na? Hehehe. Einfach abgeschossen den Spinner. Guck mal. Und. Okay, das sind aber ein paar Panzer mehr, als ich erwartet habe. Viel mehr. Sollten wir trotzdem mal aufpassen. Ui, 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 ui. Na ja. Wir haben eine ganze Menge kaputt gehauen. So, jetzt können wir uns auch mal unseren Easy-Aid holen. Sehe ich gerade. Ah, das sind ein bisschen viele. Das sind ein bisschen viele. Shit, ich habe den noch gar nicht aufgebaut. Ich depp. Das war natürlich nicht so schlau. Das war ja gar nicht schlau. Auf den Boden! Na ja, gucken wir mal. Easy-Aid ist aufhin von angekommen. Kann man nach oben drehen. Noch ein Easy-Aid. Ui, ui. Weil. D-d-d-d-d-d-d-d. Phosphor. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Dann lass das Ding heilen. Komm schon. Mach auf. So, schon ist heil. Puh. Geht gehabt. So. Ah, irgendjemand kann sich da noch eine Waffe holen. Ich glaube, dann nehmen wir auch eine BIA. Wenn es schon eine BIA ist, dann nehmen wir auch eine. Zack. Okay. Jetzt sind sie durch. Wir haben aber auch kein Geld mehr jetzt. Keine Moneten mehr. So, Panzer. Du kannst mal hier hinkommen. Kommst mal da. War doch gerade schon wieder was. Okay, lass das. Da müssen wir gleich mal gucken. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d. Guten Tag. Das war wohl nichts Ich baue da mal irgendwas Hört euch nicht Okay Jungs Ich hoffe ihr habt Krankenwagen der bereit ist Das ist gut Okay Das gefällt mir jetzt nicht Ich weiß nicht was hingeht Das ging wohl nach unten irgendwo So wo bist du Geht's aber ganz gut Habt ihr das repariert Nee Hat er echt kaputt gemacht der Sack Na Gott So Einmal drain bitte So Schön Bleib hier So jetzt macht ihr mal schön Bada bumm bada bumm Mächtig bada bumm Genau Kein Thema Gehen wir hin Alles kein Problem Nein Jetzt hab ich einen Fehler gemacht Riesengroßen Fehler Naja Egal 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 Jetzt haben wir nämlich aus Versehen Unserem Kommander Zurück geschickt Er ist da drauf Er ist da richtig drauf Egal Okay Er ist da drauf Ein bisschen mehr als ich dachte Ich finde das was weh tut Ah Da ist irgendwo Irgendwas was ganz schön weh tut na ja 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 haben sie auf jeden fall hier zurück verfolgen kann das ist aber nicht nett das ist jetzt gar nicht nett so jetzt macht mal Henne dass man eben hier wieder herkommt na was gibt ihn noch alter den er echt noch kaputt gekriegt nicht schlecht ok interessant dass wir den nicht wirklich beschädigt kriegen soo Jungs mal bitte die Nervlichen da ist jetzt aber kein Fahrzeug mehr kann ich aber hier mal was Phosphor hinwerfen oh muss ich nochmal verpissen na 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 nein falscher Knopf steigen sie aus na ups hier auch mal wieder rein hier mal wieder rein sehr gütig patsch patsch was für einen Schaden er gerade gekriegt hat komm schon komm schon du schaffst es noch einfach mal weg hier auch noch dumm dass wir das MG wieder verloren haben hier da war ich wieder zu viel unterbunt unterwegs sag ich jetzt mal so ab nach vorne ach das sind die Pios die sind ganz hinten noch Chidi Chidi so da werden wir auf jeden Fall gegenhalten jetzt versuchen so irgendwie ein auf den Weg und geht wer da so das kommt mit einer ganzen Menge das ist mir was auch egal kommen wir hier rauf ist richtig auf die Fresse bam 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 Bisher sieht das ganz gut aus. Aber so langsam. Der sollte weg. Der sollte jetzt auch weg. Auch. Ist nicht mehr viel über. Dummerweise. Das wird so nix. Das wird so nix. Okay. Ich kann jetzt noch mal noch einen Panzer holen. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, dass wir die ein bisschen auf den Tasch behalten. Ah, ich habe ihn immer noch nicht aufgebaut. Toll. Brav. Naja. Egal, egal, egal. Soweit ist jetzt alles gut. Ich würde gerne noch einen zweiten Tank holen. Wir haben einfach Gratiment, aber nicht. Kann man das nicht so machen? Schauen. Bewegt euch. Schneider. Wo seid ihr? Hier. Und nämlich eben noch mal schnell den Beschleuniger. Sehr schön. Wenn ihr jetzt noch einen Moment wartet, können wir das auch mit dem zweiten noch machen. Mal schon mal nachrüsten hier. Mal, weil das auch nicht ziemlich dumm ist. Egal. Ja, hopp mal da schön rein. Schon. Ah. Nicht mehr rein in die Fräse. So. Kommt schon. Ich will jetzt endlich mal einen zweiten Dringens haben. Ah, vierte ist das ja eigentlich schon. Easy Aid. Ja, noch ein bisschen ran. Sehr gut. So. Achso, die sind noch geboostet. Boah, das geht aber echt schnell. Fuck. Okay, das war jetzt übel. Das war jetzt echt übel. Aua. Au, 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 au. Oh, das könnte jetzt genauso bitter werden. Das könnte jetzt genauso bitter werden, wenn er weiterfährt. Tut er aber zum Glück nicht. Ui, 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 ui. Wenn er da jetzt rangefahren wäre, hätte er uns echt wehtun können. Wacht, wann seid ihr... Aha. Ich würde schon ganz gerne ihm da irgendwie helfen. Ja, vor allem hier mit dem ES. Hm. Wir haben gerade echt ein Powerprobleme. Dank die Panther. Panter, Panter. Das U. Plus den. Ich würde ja sogar mal wirklich klappen. So, jetzt macht man Henne. Repariert das Ding mal ein bisschen schneller. Zack, zack, zack. Wir brauchen euch. Super. So, ihr schnappt euch das. Und dann nachgeht ihr mal da hin. Nein. Ich block, ich block, ich block, ich block. Ich block. Das ist nicht gut. Das sollst du nicht. Ja, sorry. Das war aber ein bisschen viel hier. Was ist denn hier los, ey? Das ist ja echt ganz schön die Party. Ganz schön viele Pucks, kann das sein? Scheint so, hm? Das scheint so. Tut auf jeden Fall ganz schön weh. Was ich nicht so toll finde. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg hallo? was du tun? ach man, diese kriege manchmal die macht mich kirre äh tja nochmal zum nachrüsten zurückgeschickt ich würd ja gerne da mal hin ey, was macht die Leiche hier? guck mal wiii bisschen im Kreis drehen guck mal da schade sind schon wieder die scheiß Pucks das ist doch fetzend was? Alter, wie weit können die dann schießen? das ist ja jetzt aber hier nicht ganz schön bitter so, kommt Jungs haut da jetzt mal richtig rein bam 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 da könnt ihr auch nochmal rauf halten scheißegal oh Gott das sieht trotzdem alles ganz schön bitter aus oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott naja, da können wir nicht lange halten hätten wir ein bisschen mehr Packs im allgemeinen so äh Pasukas meine ich nicht Packs was vielleicht klappen kann so ok der ist immerhin fit toi 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 wir machen den jetzt fit ok sollten wir bei denen bleiben die schnussorgen uiuiuiui das ist wieder manpower, ne? na ist jetzt aber grad gar nichts guck mal mal wenn sie die mal treffen würden das wäre super oh Tiger Ice komm schon komm schon hier uiuiuiuiuiuiui da kommt unser zweiter aber immerhin wieder zwei Alter, was ist denn das? haben wir irgendwie geblockt worden schon wieder oder was? strange ah manpower bleibst du ok wir sind immerhin schon mal durch das ist das ist ja schon mal ein Ad-Bass oh das ist jetzt aber uiuiuiuiuiuiuiui na das jetzt mal hier richtig rauf halten hat auch ein bisschen was mit Sicht jetzt hier zu tun muss ich sagen die beste Sicht hat gut so so fallert 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 dann haben sie es ist mir aber gerade egal auf dann mal ja jetzt kann man eine granate reinwerfen du uiuiuiuiuiuiuiuiuiui so Jungs weiter 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 Ich muss den da mal vor allen Dingen rein drücken Naja, das kriegt er gar nicht Was ist damit? Okay Beide, die nicht wollt Wenn ihr beide ihn nicht wollt, nehmen wir ihn gerne Kein Thema Kein Thema Das ist das scheiß Ass Das ist ein Tigerass Oh, 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 oh Oh, oh, oh Schon weg hier Der kommt nicht mehr weg Keine Chance So, einer so Hallo Danke So Jungs Brauchen wir euch wieder vorne Alter, diese Tiger, ne? Ui Der haut uns auch ganz schön auf Ey, wir haben keine, einfach keine Manpower Das ist ja echt Puh MG42 Wie bei Keine Waffe mehr Wie hat's gesehen? Ui, 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 ui Ui, 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 ui Das hat aber auch ganz schön passiert inzwischen Oh, jetzt geht's los Da sollten wir jetzt nicht unbedingt rein Ja Wir haben gerade fett die Art hier rein Ei, ei, ei So Gucken wir mal Klatsch So Das sieht doch jetzt ganz nett aus Wir brauchen unbedingt nochmal ein Ei, 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 ei Ei, 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 ei Wir hauen aber auch Amage raus hier Mal Phosphor herfen Die Vision Wow Heck hier Autsch Das hat, das hat wieder richtig weh getan Ui, 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 ui So Die könnt ihr mal wieder einnehmen Ja, wir haben geerrt Okay Oh, wir haben den Süden verloren Hm Ist doch nicht so schön Das ist ja gar nicht schön Das tut gar nicht schießen so Ja, geil Machen wir das denn nicht Aber machen wir das doch nicht Ui Ui, 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 ui Das machen wir auch schon wieder ein ordentlicher Pumms Hm 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 Wir haben eine Rauchgranaten werfen Wir müssen ja hier nicht direkt Auf die Nase kriegen Ah, das ist Au Gar nicht schlecht, wollte ich gerade sagen Ja Das war jetzt Ein leichtes Problemkrieg Muss man mal gucken Wollen wir mal schauen Ah, ich glaub das wird ja nix machen Schade Machen wir nochmal dann schon viele Panzers Schießt doch, das kann auch sein Oh mein Gott, nicht sicher Ich glaub ja Ja, sieht irgendwie so aus Das sieht irgendwie so aus Ah, 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 ah Ich muss hier nicht Platt reinlaufen Sehr schön Respekt Können wir auch nochmal eingeben Oh Können wir auch Ist noch ein Tiger Oh, Tiger Ah, das sind zwei Haben die zwei mal den genommen Okay Ja, why not Oh Ich hab mich da auch nur für sich nix gegen Oh Haben wir unseren Schlammwerfer verloren Okay Hopp Wir werden gerade reparieren Das ist aber nett Verschwindet von da Okay Okay Geht zu dieser Position rüber Hm Ist die Frage Ich meine, wir haben jetzt einen Punkt Wir sind ganz schön auf die Mitte konzentriert aktuell So werden wir auch keine Manpower ansammeln Dass wir mal irgendwie Panzer aufs Feld kriegen Wir brauchen nur 32 Punkte irgendwie runternödeln Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Das hat trotzdem noch ganz schön getroffen Das hat trotzdem noch ganz schön getroffen Du Arsch Ach, so kriegt man nie irgendwie mal Die Manpower zusammen Das sieht aber soweit eigentlich ganz gut aus Was wollen wir mal sagen Bitte Wo kam das? Und da Kann man wir uns jetzt drum Ja, freigeschossen Das ist doch schon mal was Das Ding mal auf Ah, perfekt Perfekt Nichts gesagt Genauso wie es sein sollte So Das Ding ist heile Das ist doch auch gut Na, schaut mal Können wir den mal so ein bisschen ins Hekt Springen Bitte, bitte, bitte Sehr gut Na, richte den Richte den Gibt's doch nicht Ganz hart Schweine Rye Long, long Können wir halt den Ist auch okay Auch kein Problem mit Tschüss Ich spawne Nichts mehr Hat Einen Krupp erwischt Hat echt Einen Krupp erwischt Der Penner Das gibt's nicht Das gibt's nicht So ein Drecksschwein Ja Ja Musst du schon Hm Jungs Wir brauchen Manpower Eieieieiei Was für ein hartes Match hier grad Was soll ich denn Ein verdammter Kreiser Schießen Die Krikte Okay Das Gebäude da Können wir nicht Ich bin mir grad nicht so sicher Vor allem Was macht er denn da eigentlich Lass mir das mal erzählen Hm 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 So Der sieht das immer noch nicht Ist halt toll Das ist mal Wenn du einfach mal da oben hinrollst Guck mal da Guck mal da Schieß ne Und schieß darauf Mal so wie du Hm 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 so jungs was macht ihr jetzt kalt mal da mal da das geht gar nicht gut das geht gar nicht gut er hat genauso ein problem sehr gut den aber auch mal versuchen wegzukriegen die habe ich jetzt nicht gehört wir haben unsere packung wieder verloren so muss man aufhalten da schieß hallo schaust du mal klar nicht naja das hat es jetzt gebracht da ist noch einer es sind zwei da müssen wir mal weg ok das ist gut dass wir schon mal die kleinen tiger weg haben das ist schon mal sehr gut äh da 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 genau geht das ja nicht hier voll zersprungen trotzdem sollten wir uns mal hier weg bewegen so ein kleines bisschen so ja jetzt haben wir schon geahnt dass das kommt also trifft er dann nix ok und wo ist jetzt die pack eigentlich gewesen das ist ne deutsche hm boah schnappen wir uns halt einfach ne deutsche wir brauchen halt irgendeine yay 25 oh wir sind jetzt gerade auf ganzer front wieder am vordrücken schön na guck mal da Panzer 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 kriegt aber oh 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 ich hab mich doch da die ganze Zeit umkreisen was also denn das das fand ich jetzt aber nicht nett wieso gehen uns die Pisten aus wieso sie nicht mehr wirklich brauchen jetzt ich mein wir sind jetzt quasi fast am ende mit vier prüfen können ich mal so behaupten oh fühle ich jetzt nicht ganz so toll die Sache ist zu heiß zurückziehen wir sitzen hier in der Schuss hm ich fand vorbei sehr schön ich wollte gerade sagen wo zielen wir jetzt drauf mit dem Ding ja schönes schönes schöne Sachen da haben wir echt gut gekämpft wir kriegen nichts schade das war aber echt ein schönes Spiel frustrating game warum ich fand's gut aber nicht nur weil wir gewonnen haben ich fand das Spiel halt einfach schön war auch mal wieder ein etwas längeres was auch eine schöne Sache ist von da her es ist echt interessant also die Deutschen sind jetzt echt ein bisschen schwerer geworden zu spielen habe ich so das Gefühl da haben sie einen ganz guten guten Ansatzpunkt gefunden oh her 197 Verluste naja 300 zu 0 ja schöne Sache das sieht doch gut aus das sind aber schon krasse Zahlen hier das sind schon echt krasse Zahlen muss man ja sagen ja die Easy Aids hätten halt echt besser sein können aber dafür hier wir haben ja nichts dafür ausgegeben ja schöne Sache schöne Sache dann würde ich mal sagen ich hoffe ihr habt soweit Spaß gehabt und wir sehen uns dann einfach im nächsten Spiel auf bald bis zum nächsten Mal